hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmi heute ist wieder magitex adventskalender dran und zwar haben wir heute den 10 dezember und wir machen das 10 türchen auf wir haben jetzt noch 14 tage bis weihnachten und ja heute grüße ich natürlich mal alle und der im nächsten video dann gegrüßt werden möchte der schreibt einen kommentar in die kommentare und ja schreibt ich möchte gegrüßt werden bitte natürlich bitte nicht einfach ich möchte gerüst werden ja das kommt dann erst am dienstag das video mal ja sehr klar muss ja erst mal den kommentar lesen können weil ich habe schon in zwei drei videos gesehen dass ihr gerne gegrüßt werden wollt und ich habe die videos schon alle vor produziert bis zum 9 dezember und ja das tut mir leid ich werde das jetzt ändern bis zum 24 können wir dann mal reinschreiben ich möchte gegrüßt werden ja so jetzt geht es hier wieder zum adventskalender und zwar heute haben wir den zehnten der zehnte haben wir hier öffnen wir das mal ich denke mal wir haben wir wieder zwei karten drin denke ich mal ja haben wir auch und zwar haben wir heute hier pyramin schwegler als matchwinner von hannover 96 da haben wir abwehr 83 und angriff 52 als mittelfeldspieler und hat marktwert von 9 millionen dann haben wir noch mich juckt entschuldigung dann haben wir noch oliver baumann als starspieler von hoffenheim so ein bisschen höher so haben wir einen marktwert von 6,5 abwehrwert von 86 und angriff wert von 2 die karten nummer ist die 155 sieht richtig nice aus so also diese zwei karten sind jetzt hier im zehnten türchen gewesen ja ich hoffe ihr habt gestern allen schönen zweiten advent gehabt und ja ich werde euch natürlich alle karten noch mal zeigen im letzten video advents video oder halt in extra video ihr möchtet vielleicht mache ich sogar ein mappen update kommt sowieso meine ich mache ich noch warum ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe keine ahnung vielleicht weil ich gewartet habe bis die karten hier kam also bis ich den adventskalender hier ausgepackt habe ja so das war's dann hier vor dem zehnten türchen ich hoffe euch hat das video gefallen gibt alle ein like natürlich schön liken das video falls du noch kein abonnent bist kannst du das kostenlos tun ich würde mich sehr darüber freuen vielleicht packen wir dieses jahr noch die tausend abonnenten wäre echt nice dann bis morgen und einen schönen tag noch und tja